Am 4. November 2024 fand die dritte Sitzung des planungsbegleitenden Dialogforums zum Fernbahntunnel Frankfurt statt. Im Fokus stand diesmal die Trassierung östlich des Hauptbahnhofs in Zusammenhang mit den dafür notwendigen Bauwerken. Projektleiter Dr. Alexander Nollte fasst den aktuellen Planungsstand zusammen. Wir haben im Fernbahntunnel einen ersten wichtigen Schritt in der Planung abgeschlossen, und zwar die sogenannte Konzeptphase. Wir haben uns im Grunde genommen verschiedene Bauwerke angeschaut, das Verbindungsbauwerk Bahnsteige, das Tunnelkonzept, das Tunnelröhrenkonzept und das Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken und haben auch dann zum Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken einen Standort evaluiert und das haben wir dem Dialogforum vorgestellt. Die drei Bauwerke müssen unter anderem in Kombination mit den möglichen Standorten verschiedenen Kriterien gerecht werden. Wir haben die drei eben genannten Bauwerke konzeptionell planerisch betrachtet und haben auf Grundlage des im zweiten Dialogforum vorgestellten Einröhren-, Zweiröhren-, Dreiröhren- und Vierröhrenkonzepts Varianten entwickelt, um hier im Grunde genommen eine erste qualitative Bewertung vornehmen zu können. Die drei unterschiedlichen Bauwerke haben wir auf die Kriterien Flexibilität, Betroffenheit durch die Bautechnik und Kosten untersucht. Das war eine qualitative Betrachtung. Für uns ist vor allen Dingen erstmal wichtig, hier Leitplanken zu setzen, dass wir im Grunde genommen eine Grundlage für die vertiefte Planung haben. Anhand eines 3D-Modells des Einröhrenkonzeptes kann das höhenfreie Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken anschaulich erklärt werden. Für die Herstellung des Verbindungsbauwerks Bestandsstrecken haben wir unterschiedliche Standorte im Frankfurter Osten untersucht. Wesentlich ist hier, dass im Grunde genommen diese Kreuzung dieser beiden Strecken in einem gewissen Suchraum erfolgen musste. Ferner haben wir Planungen vorgenommen, um im Grunde genommen die Länge bzw. die genaue Ausprägung dieses Bauwerks zu ermitteln. Was man hier sieht, ist das Bauwerk für die einröhrige Variante, was circa eine Länge von 400 Metern hat. Dann die Variante für die zweiröhrige Variante ist sehr lang, mit circa 1000 Meter. In der dreiröhrigen Variante haben wir die Besonderheit, dass es ein kombiniertes Bauwerk ist, da voraussichtlich die Eingriffe im Bahnhofsviertel sehr gering sein werden, weil man vielleicht auf dieses Bauwerk im Bahnhofsviertel verzichten kann. Das ist circa 600 Meter lang und bei der vielröhrigen Variante würde gar kein Bauwerk entsprechend vorhanden sein. Vor allem die infrage kommenden Standorte waren beim dritten Dialogforum von großem Interesse. Die vier Standorte des Verbindungsbauwerks Bestandsstrecken sind die Weselerwerft, die Ruhrorterwerft, die Containerinsel und im südmainischen Bereich die Mainvasen. Das heißt, wir haben drei Standorte im nordmainischen Bereich und einen Standort im südmainischen Bereich. Die Weselerwerft haben wir ausgeschlossen, weil bei der Stellung eines Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken an diesem Standort die Tunnelstammstrecke mehrjährig betroffen wäre. Das heißt, wir müssten die Tunnelstammstrecke der S-Bahn abreißen und neu bauen. Das ist ein Punkt, den wir verkehrlich nicht vertreten können, weshalb wir diesen Standort ausgeschlossen haben. Die Containerinsel mit ihrem sehr begrenzten Raum hat zur Auswirkung, dass die Trassierung entsprechend spezifisch angeschlossen werden muss. Man muss sich das vorstellen, dass es Fixpunkte gibt auf den jeweiligen Bestandsstrecken, die verbunden werden müssen. Daraus hat sich eine besondere Lage in der Trassierung ergeben, dass wir im Bereich westlich des Kaiserleihais wahrscheinlich abreißen müssen. Und aus diesem Grund haben wir ebenfalls den Standort Containerinsel ausgeschlossen. Somit bleibt nördlich des Mains die Ruhrauter Werft und südlich des Mains der Standort Mainvasen. Der Standort Mainvasen ist tendenziell besser geeignet, weil er deutlich geringere Betroffenheiten auslöst und vor allen Dingen die Besonderheit hat, dass die momentan noch vorhandenen Sportplätze durch das Projekt Deutscher anbrückenzug verlegt werden und sich somit im Gesamthaft ein besseres Bild ergibt für diesen Standort. Ein weiterer positiver Aspekt hierbei ist, dass auf dem Standort Mainvasen sowohl alle Varianten realisiert werden können auf der Ruhrauter Werft aufgrund des geringen Platzes. Nur die einröhrige Variante, dies hängt auch wiederum an der Höhenlage der S-Bahn-Tunnelstammstrecke zusammen, die man unterirdisch unterfahren müsste. Wichtig ist, dass trotz der tendenziell besseren Bewertung des Standort Mainvasen auch der Standort Ruhrauter Werft konkret untersucht wird, weil erst in der vertieften Planung umfassende neue Kenntnisse gesammelt werden können und diese vertiefte Betrachtung unbedingt erforderlich ist. Nach der Betrachtung der unterschiedlichen Bauwerke, dem Verbindungsbauwerk Bahnsteige, dem Röhrenkonzept und dem Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken und der Kombination des Standortes mit dem Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken, hat sich ferner ergeben, dass in der Gesamtbetrachtung das Zweiröhren- und Vierröhrenkonzept auch nicht weiterverfolgt wird. Dies ist dadurch zu begründen, dass das Zweiröhrenkonzept in Kombination mit den verschiedenen örtlichen Eingriffen einen sehr großen Eingriff in die Stadt Frankfurt hätte und das Vierröhrenkonzept vor allen Dingen im Bahnhofsviertel mit einem ca. 1000 Meter langen Bauwerk und umfassenden Eingriffen für umfassende Behinderungen und Rahmenbedingungen sorgen würde, die wir nicht vertreten können und was vor allen Dingen im Wesentlichen auch ist, durch die Menge an Röhren auch entsprechend hohe Kosten entstehen würden. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse über die möglichen Standorte und Varianten wird nun die vertiefte Planung beginnen. In der vertieften Planung werden wir drei Varianten aufgrund dieser qualitativen Abschichtung vertieft planen und genau analysieren. Das ist einmal die Variante Nord mit einer einröhrigen Variante, die im Grunde von einer Röhre mit zwei Gleisen geführt wird und dem Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken auf der Ruhrort erwerft und dann zwei Varianten im Süden auf den Mainvasen, einmal die einröhrige Variante analog zur Rotorwerft im Süden und dann einmal die dreiröhrige Variante, die in drei Röhren geführt wird, das heißt zwei eingleisige Röhren und eine zweigleisige Röhre vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken auf dem Mainvasen, das ist ca. 600 Meter lang. Die Besonderheit an dieser Variante ist, dass ein kombiniertes Verbindungsbauwerk Bahnsteige und Bestandsstrecken, das müssen wir aber betrieblich noch genau untersuchen, ob dann entsprechend die Eingriffe im Bahnhofsviertel minimiert werden können. Voraussichtlich im März 2025 wird die nächste Sitzung zum Thema Lage und grundsätzliche Bauweise der neuen unterirdischen Station am Frankfurter Hauptbahnhof stattfinden. Im nächsten vierten Dialogforum werden wir diese konzeptionelle Abschichtung dann auch für die Station präsentieren. Dort werden wir die verschiedenen ausgeplanten Stationsvarianten entsprechend vorstellen und dann analog, wie wir es jetzt auch im dritten Dialogforum gemacht haben bei der Station, erst Abschichtung der Varianten vornehmen, um dann auch in die vertiefte Planungsphase einsteigen zu können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir Ihnen den aktuellen Planungsstand in einem kurzen kombinierten Format gut erklären konnten. Weitere Informationen finden Sie unter www.fernbahntunnel-frankfurt.de. Vielen Dank. Vielen Dank.